Freunde, was geht am besten? Willkommen hier auf meinem Kanal. Es fühlt sich gerade richtig falsch an, so laut zu reden, weil wir haben einfach... Ich zeige euch auf dem Handy. Sieht man das? 7.20 Uhr morgens. Milkan und ich haben hier einfach durchgemacht und dachten, wir scheiß drauf. Wir nehmen jetzt noch was für einen Kanal auf, weil ich habe irgendwie Bock, Fortnite zu zocken, Freunde. By the way, danach nehmen wir was für einen Zweitkanal auf. Deswegen auch gerne abchecken. Das kommt dann heute auch sozusagen. Gerne abonnieren, Like da lassen. MBK, sind Sie ready für einen Dropper? Wir sind gerade erst wach geworden. Nicht, wir sind immer noch wach. Genau, wir haben natürlich wie reguläre Menschen sind wir um 22 Uhr hier ins Bett und sind um 6 Uhr morgens, 7 Uhr morgens aufgestanden, Freunde. Kapper. Okay, wir gehen hier rein. Wir gehen hier rein. Odemar war, by the way, auch am Start. Habt ihr gerade gesehen, aber der ist ein bisschen lost in der Lobby. Das ist erstmal ein ganz entspannter Dropper. Wir versuchen natürlich hier wieder den Weltrekord zu brechen, damit ich ja den Titel habe. Oh mein Gott. Hä, bist du Weltrekordbrecher im Dropper? Ich bin 0-1. Ich bin ein Binär-Code. Ich bin auch untergegriffen im Lockdown. Warte mal, muss man den immer wieder... Man muss komplett alles von vorne machen, Digga. Nein, was passt. Deswegen ist das so easy. Oh mein Gott. Was? Ich bin gerade gestorben, Junge. Ich auch. Okay, 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 okay. Wir haben aber noch einen anderen... Das ist sehr gefährlich. Wir haben aber noch einen anderen Dropper, den wir auch noch machen können, wenn uns das zu hat. Triggered. Ich bin die Dachmarme hauen. Geil. Und dann ist von vorne machen. Und ich sehe bei MBK Stream, dass er das geschafft hat. Nei. Discord. Nein, Quatsch. Egal, egal. Also... Ich schaffe das, Freunde. Darf ich extra schlechter sein? Warte mal auf mich, Mann, Junge. Der bist richtig los. Hast du durchgemacht, oder was? Ey, ich bin aber auch wieder... Ich jump jetzt unten rein. Und irgendwie fühlt sich das komisch an. Ich höre meine Stimme gerade selber, oder so. Ich weiß auch nicht, was ich da falsch gemacht habe. Einen Moment. Ah, besser, Freunde. Jetzt bin ich wieder normal am Start. Ich habe irgendeine komische Einstellung am Headset gehabt. Okay. Wir jumpen hier rüber. Ey, das ist doch ehrenlos, dass ich da die ganze Zeit wieder sterbe, wie ein Soll-Idiot. Ey, ich muss doch wirklich den Weg finden. Ich brauche deine Hilfe hier, bitte. Hä? Bist du los, Digga? Ich sage, warte mal auf mich. Er macht weiter. Ich warte... Nein, ich warte... Ja, ja, ich sehe doch, wie du immer weiterspringst, du Spinner. Ich gucke nur für dich, wo das richtig ist. Ja, ja. Ich warte auf dich. So, wir sind wieder am Start. Let's go. Okay, let's go. Oh, oh, oh. Let's... Nein. Ich habe mich gerade eingeschissen, glaube ich. Egal, ich bleibe einfach sitzen. Irgendwann trocknet das. Okay. Kann sein, dass MBK gerade ein bisschen leise war, Freunde. Ich meine, ich habe ihn gerade ein bisschen lauter gemacht, weil alles ist irgendwie broken bei mir am PC. Ihr kennt das. Kennt das. Ihr kennt das. Ihr Kenner. Ich bin bei Level 1 gestorben. Oder 2, Junge. Bin ich so dumm? Ja, okay. Ich komme jetzt auch wieder zurück. Komm mal zurück. Spring einfach. Okay, ich weiß auch, wo der richtige Weg ist. Der... Was ist das denn? So, ich bin down gegangen. Ey, kann man dieses Rutschen-Geräusch irgendwie wegmachen? Ich kriege einen zu viel. Hast du einen Bug? Nee. Ich glaube nicht. Okay. Das ist ja easy. Das ist ja einfach nur Runterjump. Ineinander ist halt schwer, ne? Das hier ist auch easy. Du musst so ein bisschen dribbeln. Ja. Okay. Das ist auch easy. Wo muss ich hier springen? Hier. Ja, okay. Respektiere ich. Deine schlechte Entscheidung. Das ist so wieder... Ich kann also... Ich warte. Ich weiß, ich bin dir hinterher geflogen und einfach gestorben. Als wäre eine Wand danach gekommen. Bruder, du schwörst den breitesten Charakter überhaupt. Ja, aber seine Beine sind dünn. Äh, es gibt Black Day. Es gibt mir die Bar... Okay. Ich gehe gleich so hart in die andere Map rein, Freunde. Ihr wisst gar nicht, wie hart ich in die andere Map reingehe. Aber noch will ich das einmal schaffen. Ich bin zu dumm. Kann das sein, dass ich zu dumm bin dafür? Nein. Ey, dieses Schwein am Anfang triggert mich richtig hart. Okay. Das hat doch gar nichts damit zu tun. Digga, welcher Vollidiot macht die Nacht durch und dann spielt da ein Dropper, wo man immer wie von vorne anfangen muss, Junge? Das ist doch komplett... Also, das muss schon... Also, ich wollte das sagen. Okay. Warte. Wenn wir hier runterspringen... Sliden wir hier rüber. Ah, ich bin bei der Lava. Was geht, was geht, was geht. Der Lava hat das und ein Stein. Ja. Albert Einstein. Muss ich da auf den drauf? Und da hin, Amy, ja. Ja, okay. Mr. Alberto. Oh, ich seh's. Und Salazos. So, jetzt bist du in so einem Teleportraum, ne? Oh, ich bin im Teleportraum. Ja, welchen davon? Ja, warte, ich bin auch... Ja, wir warten kurz auf der MBJ. Ja, warte, ich kann's ja auch sagen. Ja, okay, sag es mir. Nicht, wenn du diagonal gerade ausspringst. Hä? Nicht der, der ganz gerade ausspringst, sondern der links daneben unten. Also, der links daneben. Du weißt, wenn du hinfliegst, du weißt, wer ich mein. Okay, sieht man das, oder was? Ja, ja, wenn du... Ab irgendwo siehst du die Portale. Ich seh die Portale jetzt schon, aber welchen davon? Wenn du diagonal gerade ausguckst, den unten links davon. Ah, aber wenn man in die Portale fliegt, kommt man immer wieder hierher. Das ist ja kein Problem dann. Ja, genau, das ist ein Safe, genau. Ja, okay, easy, easy. Ja, dann probier ich einfach aus. Ich glaube, er meint den hier. Ich finde das Wort diagonal voll schlau. Diagonal. Diagonal. Okay, Level 6. Broken. Ich will das irgendwie nicht machen. Ja, weiß ich noch nicht. Das ist mein letzter Try, ne? Wenn ich das jetzt nicht schaffe, gehen wir in die andere Web rein. Komm, ich geh vor, warte, ich geh vor. Ja, ja, komm, komm, komm. Wenn du links springst, Mick, am diagonal. Ja, ich mach diagonal, Al. Ja, ja, mach. Ich guck nebenbei Discord-Stream, Freunde. Ich seh, was er da macht. Okay, ich bin da. Okay, broken. Ich mach, aber... Ja, okay. Respektier ich diesen Move. Okay, ist... Lull voll easy. Ich bin down, ich bin Zentrum, ja. Ich bin Lobby. Oh, ich bin level 7, no! Ich bin Lobby gegangen, ist wirklich... Warte, 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 ich hab noch geschafft. Ja, okay. Ich mach Sprinter des Todes. Ey, es verheftet, wenn du das durchspielst. Hallo? Digga, er hat so Rainbow gemacht, aber so auf... 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 sechs Uhr morgens Durchmach-Level. Okay, ich bin level 8. Wie? Glaube ich. Blue. Äh, ich bin einfach runtergefallen und hab mir dabei mein C irgendwie gebrochen. Das tut doch nochmal weh. Ah, ich bin irgendwo gegengekommen. Oh, warte, ich seh das Ende. Ich seh das Ende. Ja, mein C ist gebrochen gerade. Warte, ah, warte kurz. Okay, ich hab mich mit meinem eigenen Nagel in meinen anderen C reingeschnitten oder so. Oh mein Gott, Bro. Aua, das hat... Aua. Egal, egal. Ich mach weiter. Egal. Egal. Okay, ich weiß jetzt nicht, wo hier das Rift ist. Wir springen einfach mal auf gut Glück in die Mitte. In den Pool rein. Oh, das war richtig. Hä, er ist so ein ekliger... Uh. Ich weiß, was er gemacht hat. Du musst in den Pool reinspringen, damit du nicht drauf gehst. Und das Rift war dann unterm Dach. Dieser Ehrenlose. Aber egal, ich bin bei Revel 10. Revel 10. Revel. The Light. Oh. Okay. Ich weiß nicht, was passiert. Aber, oh, muss ich... Ich muss ins... Ich muss nach oben fliegen. Hä, wie gut. Man sieht zwar nichts, außer den Charakter, aber... Wir gehen in die nächste Map, Freunde. Bis gleich. So. Mirkan, diesmal gibt es aber auch Checkpoints. Promise. Wir müssen aber... Check, Promise. Ey, jetzt hab ich Bock auf Promise. Ich hab auch... Wir müssen Dropper 1 machen, um in Dropper 2 zu kommen. Oh. Du musst mit Gold bezahlen. Das stinkst. Ich zahle gar nichts. Hau rein. Gar nichts. Schwanz. Wohin? Warum bist du jetzt gleich das? Du musst einfach ins Wasser fliegen. Da gibt's kein Portal, wo du reinfliegen musst auf akkurate Basis und Hawkeye sein Onkel mit Green Arrow gemixt. Sondern du kannst einfach ins Wasser fliegen. Musst du den nächsten Dropper freischalten mit Cashmash auf Cash. Yo, Digga. Das sieht aber voll schön aus. Und ich bin direkt irgendwie dumm. Also, also... Also... Ja. Ihr müsst verstehen. Ich bin der Heftigste. Ich wollte gerade flamen. Ich bin... Aber ich hab's einfach geschafft, Junge. Mit meinem Gesicht hab ich noch... Mit Spawnschutz, sei ehrlich. Nein, 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 nein. Dropper 3 wird gekauft. So ein Ding ist das. Ziehst du durch? Ballerst durch? Normal. Ich baller los. Lo, 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 los. Guck mal, wie er faken wollte, dass man da in die Mitte springen kann, der Ehrenlose. Kann man aber nicht. Sondern man muss hier rechts einfach... Hä? Ich bin einfach gestorben. Okay, da hast du ein Fortnite-Bug, aber damit können wir arbeiten. Wir sind ja professionelle YouTuber. Warte mal. Professionelle... Komm schon. Oh, der Winkel des Lebens, Digga. Ich hab ihn berührt, wollte ich gerade sagen. Naja, bist du stark bei einem Noob-Level, oder was? Bro, was redest du? Ich war... Eben gerade hieß es in einem anderen Dropper. Junge, warte doch mal. Hä? Ich bin mal Level 10 gewesen. Du nicht. Ich hab's geschafft, Digga. Also das sind... Diese Farben platzen in meinen Kopf rein. Ich kann... Ich kann nichts sehen. Als wäre eine Blendgranate gegen mein Gesicht gekommen. Guck mal, wie hell das ist, Freunde. Ich seh gar nichts, Digga. Und der Skin hilft halt auch nicht dabei. Hä? Das ist gar nicht möglich, Digga. Welche Level bist du? Diagonal. Äh... Bei 4, ne? Ne, bei 5, ne? Weiß ich nicht. Aber im Job bei 4 bist du. Ich bin jetzt schon da. Schaffst du dieses Noob-Level nicht? Ne. Aua. Wow, es tut in meinen Augen weh. Ja, deswegen. Aber ich hab's geschafft. Danke fürs Herausforderen, weil wenn du mich herausforderst, ich bin Dings. Besser. Stärker. Und größer. Und... Besser. Soße. Boah, jetzt hab ich Bock auf Soße. Boah, Pommes mit Käsesoße. Was ist dein Lieblingssoße? Käsesoße. Ähm... Boah, ich glaub, wenn es eine sehr, sehr, sehr leckere... Hä? Genau da bin ich auch gestirbt. Wenn es eine sehr leckere Barbecue-Soße ist, glaub ich. Aber so... Aber ich muss sagen, Barbecue ist gar nicht meins. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, was ihr so feiert. Kommt man da durch? Ne, kommt man nicht. Warum macht er da eine Lücke rein, wenn man da nicht durchkommt, Junge? Es ist wie, als würde man eine Tür bauen, aber da kommt keiner durch. Ich bin durchgekommen. Echt? Ich bin durch diesen kleinen... Nein, noch nicht in die Mitte. Ja, durch diese... Links davon, der ganz kleine Schlitz. Ah, ich gehe in die Mitte rein. Kommst du bei dem Loop-Level nicht weiter? Hä, ich bin noch da. Was drehst du? Dropper 6? Ich wollte gerade was auf Albanisch sagen, aber ich wusste... Nein, sag nicht. Nicht, dass YouTube das rausfiltert und nicht wird gebannt. Filtert YouTube mittlerweile raus? Safe, Junge. Hello, YouTube. Can you make please this in the trance? Can you make please this water a little bit größer, damit ich da reinflischen kann? A little bit water. Water? Okay, wir machen das. Ey, ich hasse dich gerade durch, Bro. Guck mal, ich möchte dich nicht vor deiner Community schlecht darstellen lassen, ja? Junge, du hast die ganze Zeit hinten gechillt. Junge, ja und? Ja, diese Farben sind einfach nicht für mein Gehirn gemacht. Okay, ja. Ja. Okay, ich warte. Ja. Ich bin... Ja, okay. Ich bin schon auf der zweiten Ebene, ja? Ah, welches Level bist du? Es ist blau auf blau. Wie soll man das erkennen, Junge? Lila und blau, Digga. Ich habe eh Denergy-Syndrom. Ich kann das nicht auseinanderhalten. Wirklich nicht, Freunde. Ich glaube, ich habe bei blau und lila auch eine Farbschwäche. Oder pink oder was auch immer das für eine Farbe ist. Und... Ah, die gar nicht. Welche Farbe hat ein Wal? Grün, Junge. Muck mich. Bin weiter. Warte, ich komme next floor. Welche Farbe hat ein Wal? Grau. Und eine Aubergine? Lila. 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 Junge, in Deutsch ist so eine hässliche Schwache. Bro, was ist das, Bro? In Englisch so purple. Purple? Lila. Lila. Schmetterling ist lila. Schmetterling. Bisschen Sauerkraut obendrauf. Oh. Und dann anzünden mit einem Streichholzschachtel. Oh, Bro, was ist das? Bitte. Bitte, was ist das? Einfach die Farben von Galatasaray. Digga, was ist das? Einfach Farben von Ketchup Mayo bei dir auf einmal. Warum ist eine andere Farbe bei dir? Ja, das wird gelb und rot und grün und so. Ja. Aber hast du Farben was bei dir? Grün und rot. Bei mir ist blau-gelb. Äh, nee, blau-rot. Ich, vielleicht bin ich echt, also, jetzt ist kein Front an jenen, aber vielleicht bin ich echt ein bisschen farbenblind, Freunde. Das kann natürlich sein. Und man merkt es ja selber nicht, weil Farben, wie soll man jemandem Farbe erklären? Um die Uhrzeit aufzunehmen. Ich nehme nur noch dann auf, Digga. Ey, ist das... Schaffst du mal bitte das Level? Schwetterlegen. Sauerkraut. Ich kriege es nicht hin, Digga. Das ist einfach... Das ist für Noobs gemacht. Also für super harten Noobs und ich kriege es nicht hin. Kann man... Gibt es irgendwie einen Weg zu schummeln? Oh, ich habe geschummelt gerade. Mann, ich bin zu dumm, mir diese Wege zu merken, Digga. Ich habe eine Aufmerksamkeit von einem durchschnittlichen TikTok-Nutzer. Es ist einfach rechts-links, Bro. Ja? Das ist zu schwer für mich. Ey! Oh. Ich habe es. Schau mir, das war das schwerste Level des Lebens. Level 7? Nein, 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 Bro, Bro, Bro. Digga, er geht wieder direkt in was rein, wo er eben gerade war. Hä, wir haben 8 Gold, Digga. Warum? Wir können sogar eins skippen. Ja, was ist jetzt auf einmal? Wo lang? Farben von Mirkans Schuhe, Digga. Von wen? Von deinen Schuhen. Du hast doch so Lakers Schuhe. Ah! Ich dachte gerade, du hast meinen Stuhl gesagt, ich habe mich umgedreht. Guck mal, da hinten... Hä, was ist da hinten? Ja, aber wie soll man da springen? Hallo? Ich sehe da keinen Unterschied. Aktivieren? Bro, das ist der Weg da hinten. Das ist der Weg. Spring. Lila, lila, orange, orange. Orange, lila, orange. Lila, lila, orange, orange. Lila, lila, orange. 2, 2, 1, 2. 2. 2. Ah, Alarm. Ich habe es nicht geschafft, Digga. Bro, was? Nein. Hast du auch verkackt? Ich habe es gesehen, du... Ja, aber ich bin aber in das Rechteck nicht reingesprungen. Ja, 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 ja. 2, 2, 1, 1. Hast du es geschafft? Kann sein. Vielleicht ja, vielleicht auch nicht. Ich sage es dir nicht, weil du siehst es, wenn das Licht angeht. Oh, Digga, ich bin einfach Kollege der Boss geworden auf einmal. Das hat sich doch gar nichts gereicht. Hä, was lapperst du, Digga? Das war alles clean, Digga. Du siehst es, oder nicht, wenn das Licht angeht. Was muss man machen? Man fliegt wieder... Man fliegt wieder irgendwo hin und stirbt, Digga, weil er hat wieder irgendwas eingebaut in diesen Dropper. Dropper. Hä? Was soll man hier machen? Nein. Digga, das ist mir zu viel Intelligenz, dass man daran braucht. Es ist ehrlich. Digga, das ist einfach der intelligenteste Dropper der Welt. Nein, ich mache Weltrekord bei Durchmachen, 6 Uhr morgens, Aufnahme, Dropper. Digga, real talk. Bei Kalle würde das Video heißen... Der... Karas versus Haras. Ich bin down! Der B... Bieste... Dopper. Der Bieste Dopper. Ey, soll ich hier jetzt Tic-Tac-Toe spielen? Hast du auch gesagt Tic-Tac-Toe spielen? Nein. Achso. Hä? Hast du schon eine Art Schination, Digga? Du solltest mal schlafen gehen, Junge. Aber was soll ich hier machen? Soll ich jetzt hier Tic-Tac-Toe spielen? Junge, wiederholst dich, Digga. Kommst du klar oder bist du im Loop? Nein. Nein, aber soll ich jetzt hier Tic-Tac-Toe spielen? Oh, ich habe gescheitert. Freunde, wir machen jetzt jeden Tag durch und nimm auf. Das ist zu witzig. Ey, wo soll ich hin? Seid zum Glück nicht dabei. Ich bin wieder in dasselbe Land gekommen. Ey, Digga. Also... Achso, das hat sich... Was soll ich hier hin? Das war real talk. Was geht, Digga? Warte, ich zeig dir Trick. Komm, komm, komm. In diese kleine Lücke da rein. Hier. Auf Mücken-Basis. Vegan und vegetarisch gleichzeitig. Rein da, Junge. Zack. Guck mal. Jetzt gehe ich nicht wieder in Dropper Dings rein, wo ich vorher schon war. Ich gehe jetzt in Dropper 10 rein. Ja, ja. Na, guck mal den. Jo, ey, was für wilde Grafik diese Bälle haben. Hä? Die leuchten bei mir so auf Glänzer-Basis. Ey, Digga, man sieht einfach direkt den... Seiten auf Null mit Dings. Bär, bär. Warte, wo ist der Weg? Alles der Weg? Vodka, Bruder! Das war ja nicht mal knapp. Digga, ich habe mich mit meinem Kopf so bewegt, als wäre ich krass. Und ich war fünf Meter entfernt. Warte, wo ist denn der Start für den Saat? Andere Seite. Andere Seite. Andere Seite. Ja, ja. Da, wo der... Hier, jetzt in die Mitte springen. Boah, ich bin einfach ein Maker. Mario Maker. Market Maker. Card Market. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Okay, zehn. Bitte spontan. Apropos Card Market. Ich habe hier hinten noch zwei One-Piece-Dinger. Ich weiß nicht, weil es spiegelverkehrt ist. Ich weiß nicht, ob mein Daumen in der richtigen Richtung war. Da habe ich zwei One-Piece-Packungen für Honey gekauft. Das sind 140 wert. Jetzt war es los, war es los. War es los. Der Händler. Ich habe das alles für ein Level. Also weiß ich nicht. Ich gehe weiter. Bro, ist es da noch ein Prank? Ist es ein Prank? Nein, es ist nur ein Prank, Mann. Ey, Bro. Weil meine Reaktion-Time war krass. Ich kam direkt in den Hohen zum nächsten Level. Weißt du? Okay. Sei ehrlich. War krass, Digga. Also, your English is very from the L-O. L-A-L-O. L-A-L-O. Ich habe wieder vergessen, dass es weitergeht. Es ist einfach, als würde, wenn ich meine Hand vor mein Gesicht machen, als wäre ich nicht mehr da. So fühlt sich das gerade an. Ey, ich habe einfach... länger als zwei Minuten gerade ausdenken. Ich habe einfach gerade Level 12 gemacht. Ne, welches Level sind wir gerade? Gute Frage, Digga. Viel Spaß beim Ausprobieren. Ja, ich habe... Ich bin auch da. Was geht ab YouTube? Jetzt gehe mal in Level 12 rein und fliege mal einfach nur durch die Mitte, bitte. Ich... Also, es ist doch kein Dropper. Durch die Mitte, bitte. Denn ich spitte. Was ist das? Wieder mit Farben, Digga. Blau, lila, lila, blau, blau. Ja, einfach durch die Mitte. Oh, Lili. Das macht gar keinen Sinn. Es ist doch kein Dropper. Ich bin tot. Hä? Wie? Ich bin einfach durchgeflogen. Dann bin ich aber durchgekommen. Losgeskippt, sei ehrlich. Nein! Ich gehe back to Spawn, weil das ist Schmutz. Nein! Achso, warte mal. Was geht ab? Hätte ich das geschafft? Was geht? Warte, ich muss wieder hoch. Okay, man verliert sein Gold nicht. Das ist gut. Scheiße auf den. Den machen wir nicht, weil das einfach nur durchdingsen. Wir gehen next floor. Wir haben sowieso ein Gold zu viel, weil wir krass sind. Wir haben floor, floor. Okay, droppe 13. Hä? Hier runter, Junge. Let's go. Yo! Yo, Bro. Sideways Movement. Sideways Movement. Oh, Mensch. Aber, hä? Wo denn? Funktioniert das? Das funktioniert doch gar nicht. Oder, man, ah, man muss so seitlich, links, rechts, Combination machen, oder? Auf türkischen Kuss. Koss. Koss. Bruder, wo bist du hin? Keine Ahnung, frag mich nicht, Digga. Ich habe kurz abgeschaltet im Gehirn. Ich hatte Kussschluss einfach. Digga, du sagst so, Koss, Koss. Das kann man doch keinen geben, Digga. Ich kann das, glaube ich, nicht hochladen. Sie will dich jetzt gerade fragen. Worüber haben wir aber da geredet gerade? Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach nie wieder schlafen. Das Leben ist so schön. Es war einfach so, ich weiß nur, dass du kurz gesagt hast. Ich sag kurz und zieh so nach links, Digga, gar keinen Sinn. Hä? Hä? Warte mal, da gibt es gar keinen Weg. Doch. Erfass uns. Ich habe auch ganz halt dieses Star Wars, das ist der Weg. Das ist der Weg. Ich habe den Emote kaputt gemacht, Digga. Weil ich ihn tausendmal gemacht habe und jeder hat ein Novum davon. Das sieht ja aus wie so Pizzastücke. Das ist safe, eins davon Wasser, ne? Boah, Digga, ich habe das rausgefunden wegen meiner lila-blau-Schwäche. Ich weiß, dass es der hier ist. Kommt direkt hinterher. Hä, Digga, du bist einfach... Hä? 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 Das geht gar nicht. Was macht der? Also, es gibt keinen Weg. Gibt keinen Weg. Das ist der Weg. Hä, Digga, also, Junge, warum macht er das? Ich will einfach nur Dropper spielen. Ich sehe das irgendwie mal in der Licht-Bro-Schwäche. Licht-Leo. Ja, es ist aber echt bright like a diamond alles, ne? Bro. Bruder, bitte, ich gehe ins Nächste. Was muss man machen? Ich habe es geschafft. Hä, wie? Ich habe es nicht geschafft. Es ist einfach random. Es ist... Nein. Komplett random. Was soll random? Gibt es irgendwie Secrets? Ja, auf welchen bist du gelandet, Digga. Du kannst doch gar nicht wissen, ob es random ist, weil du bist doch auf einem gelandet. Nein, ich bin weitergekommen. Ich bin gerade weitergekommen. Komm mit. Ja? Ich weiß aber nicht, wo lang waren wir. Ich glaube, ich dachte mir... Warte. Ich glaube, ich dachte mir, ich hier lang komme mit. Ja? So. Oh, das ist der Weg. Ja. Yo, er weiß den Weg, Digga, die Maschine. Lücke. Oh mein Gott. Digga, die Lücke des Lebens. Ich bin auch durchgekommen. Bruder, und jetzt ist er... Ja, okay. Ja. Wir haben es aber geschafft. Sorry. Wir haben es quasi geschafft. Zuh. Ja, okay, lass den nächsten reingehen. Komm. Okay, ja, gar keinen Bock, Bruder, also... Back to spawn. Da ist meine Aufmerksamkeit Spannung halt auch nicht genug für. Ich wollte das sein. Das hat einen auch immer, Digga, also... Er macht den halt immer zum letzten Floor, dass man so Walk of Shame einfach lang geht. Ey, wie soll ich noch alles geschafft, außer den letzten? Ja, aber man geht da so lang und denkt... Welchen waren wir jetzt? Lass einfach Dropper 17 gehen. Können wir noch nicht. Endgame. Machen wir 16. Yeah. Können wir nicht. Hä? Wieso kannst du nicht nicht? Boah, wie krass das hier aussieht. Würdest du es sehen, Bro. Hä? Ich bin wieder bei... Nee, 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 nee. Da bin ich raus, Digga, Freunde. Den mache ich auf jeden Fall nicht. Wenn euch das Ganze gefallen hat, macht nicht durch. Vertraut mir, euer Gehirn brennt dabei weg. Like und Abo da lassen. Checkt meinen Zweitkanal ab. Das stimmen wir jetzt auch noch gleich auf und das wird auch witzig. Bis dann. Ciao.